Heute darf ich vorstellen den Hauptdarsteller vom Franz-Klammer-Film, Julian Wallner, ein super toller Schauspieler, der im Design von Andrea M. zur Premiere erscheinen wird. Julian, warum im Outfit von Andrea M.? Naja, normalerweise kann man ja auch das Ergebnis für sich sprechen lassen. Es schaut einfach hammer aus. Du merkst sofort, ob bei Outfits einfach irgendwas dahinter steckt oder nicht. Und das strahlt nicht nur äußerlich, sondern es hat auch absolute Hintergrundwerte. Ich finde, es ist einfach wahnsinnig toll gemacht. Außerdem geht die Andrea so auf private Wünsche ein. Wir haben zum Beispiel diesen eigenen Verschluss neu entworfen, den es so nicht gibt, wo man das dann so aufmachen kann. Ja, wir haben das gemeinsam entworfen, wirklich von der Stoffauswahl. Die Knöpfe sind personalisiert, wirklich. Es ist nachhaltig, es ist von Hand gefertigt. Es ist aus Österreich. Ja, wird in der Schneiderwerkstätte von Andrea M. am Wörthersee in Klagenfurt gefertigt. Und ja, wunderschön ausgefüttert, natürlich mit dem Logo von Andrea M. Absolut. Designwerkstätte. Und ja, ich bin sehr stolz. Soll dir total viel Glück bringen. Und ich freue mich dann auf die nächsten Filme. Okay. Ja, ich freue mich auf die Premiere mit dem Outfit. Danke. Ciao. Hallo. Vielen Dank.